Hallo, so schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast Happy, Holy & Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir hier jetzt auch die letzten Monate, nein, Monate ist Quatsch, diese letzten Wochen hier in dem Jahr 2023 miteinander zu Ende verbringen. Also danke für deine Zeit und in diesem Podcast wartet heute auf dich ein so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ein so bewegendes, inspirierendes, ich würde fast sagen episches Interview auf dich mit Rola El Halabi, die neunfache Boxweltmeisterin und eine Frau, die so viel erlebt hat in ihrem Leben, die die absoluten Höhen erlebt hat, aber auch wirklich die absoluten Tiefen und die unter anderem ihren eigenen Weg so sehr gefunden hat und heute andere Menschen vor allen Dingen auch mit ihrer Geschichte inspiriert. Und ja, wie gesagt, Rola ist neunfache Boxweltmeisterin, hatte in ihrer Kindheit sehr mit Mobbing zu kämpfen und der Sport war dann das, was ihr dabei geholfen hat, ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden und in diesem Interview sprechen wir unter anderem darüber, wie ihre Schulzeit gewesen ist, wie sie aufgewachsen ist, wie ihr dann der Sport geholfen hat, wie ihre ersten Wettkämpfe gewesen sind, wie es war, als einzige Frau in dieser absoluten Männerdominierten Sportwelt zu sein, wie sie sich da durchgesetzt hat, wir sprechen über ihr Mindset, wir sprechen darüber, was sie so erfolgreich gemacht hat, was ihr geholfen hat und wir sprechen auch über einen Moment in ihrem Leben, wo alles wie ein Kartenhaus komplett zusammengebrochen ist und an der Stelle ganz wichtig, Triggerwarnung für diese Podcast-Folge, da wir über Gewalt sprechen, über eine Geiselnahme, die Rola erlebt hat von ihrem eigenen Stiefvater, kurz vor einer Weltmeisterschaft in ihrer Umkleidekabine, wo sie unter anderem auch angeschossen worden ist, von ihrem Stiefvater schwer verletzt worden ist, die Ärzte gesagt haben, du wirst nie wieder laufen können, du wirst nie wieder Sport machen können und well, Rola hat bewiesen, dass das anders sein wird, dass ihre Geschichte anders sein wird, sie hat sich danach noch Weltmeistertitel geholt, sie hat wieder geboxt und es ist einfach so wahnsinnig inspirierend. Wir sprechen unter anderem über Vergebung, über Heilung darüber, wie man selber auch in so Momenten, wo alles auseinanderfällt, wie sie es da geschafft hat, bei sich zu bleiben und nach und nach es geschafft hat, diese wahnsinnig schlimme, traumatische Erfahrung in ihrem Leben zu heilen. Und genau, deswegen dieses Gespräch ist so wahnsinnig, wahnsinnig inspirierend. Wenn du das Gefühl hast, dass es für dich nicht richtig ist, die Stelle zu hören, wo wir über diese Geiselnahme sprechen, weil du vielleicht selber Gewalterfahrungen erlitten hast, dann findest du in meinen Shownotes die genaue Zeitansage, wann wir darüber sprechen, sodass du das überspringen kannst. Und dann springst du einfach von da in den Moment, wo sie aufhört, darüber zu sprechen und wir dann sozusagen über das nächste Thema sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, generell in deinem Leben, dass du auch traumatisch belastet bist, dann bitte, bitte hol dir psychologische Hilfe, Unterstützung. Es ist so wichtig und das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern im Gegenteil, das ist das Intelligenteste, was man tun kann. Und wir alle tragen unsere Themen in unserem Leben mit und es gibt nichts Wertvolleres, als sich Hilfe zu holen, weil das ist alles nichts, womit du alleine klarkommen musst, sondern es gibt zum Glück so viele tolle Menschen, die darin ausgebildet sind, gerade bei mentaler Gesundheit zu unterstützen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig noch an dieser Stelle. Und genau, was noch? Es gibt im Moment meinen Adventskalender, den Wunderkalender. Wie in jedem Jahr bekommst du wundervolle Sprachnachrichten von mir über WhatsApp und über Telegram, wenn du WhatsApp nicht benutzt. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Du kannst auch nachträglich jetzt einfach noch reinhüpfen, kannst dir die anderen Kalendertürchen nachträglich aufmachen und bekommst jeden Morgen von mir bis Weihnachten eine Sprachnachricht. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview mit Rola und lass dich inspirieren von dieser Frau, von ihrer Power. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du bei Social Media danach vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt. Und ja, viel Spaß mit Rola in Alabi. Ich freue mich wirklich so sehr, dass du hier bist im Podcast, Rola. Herzlich willkommen. Es ist so schön. Ich bin wirklich, als ich deine Biografie gelesen habe, ich war jetzt noch so, ich habe so gedacht, holy shit. Holy shit. Das ist wie so gefühlt zehn krasse Blockbuster in einem Leben. Und du bist für mich so eine Inspiration. Und es ist wirklich, oh Gott, ich freue mich einfach so, dass du da bist. Also danke echt für deine Zeit. Danke für die Einleitung. Danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das freut mich mega, hier zu sein. Und es gibt so viele Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, weil du bist so facettenreich. Du hast so viel erlebt. Und ich fange da an, was ich gerade schon kurz mit dir besprochen habe, was uns miteinander verbindet. Nämlich tatsächlich nicht nur unsere Liebe zu Persönlichkeitsentwicklung, sondern zum Boxen. Und ich habe mit, wie alt war ich? Mit 19 angefangen zu boxen. Und das hat mir so gut getan. Und wie bist du zum Boxen gekommen? Was war das? Wo fängt deine Boxgeschichte an quasi? Also die hat bei mir sehr, sehr früh angefangen. Zehn Jahre vor, bevor du, also nicht bevor du angefangen hast, aber ich habe mit neun angefangen. Krass. Und der Weg dorthin war aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. So, ich schicke jetzt meine starke Tochter zum Boxen. Sondern eher das Gegenteil. Ich war ein Mobbingopfer in der Schule. Ich habe immer das Gefühl gehabt als Kind, ich bin unsichtbar. Ich hatte kein Selbstvertrauen. Mein leiblicher Papa hat uns sehr, sehr früh verlassen. Als ich drei war ungefähr. Und damals hat das keiner so wahrgenommen. Aber heute, wenn ich mich so ein bisschen mit meiner Vergangenheit beschäftige, dann werden mir halt ganz, ganz viele Dinge klar. Und für mich war das so ein ganz, ganz schwerer Verlust. Und ich habe mich dann so immer mehr zurückgezogen. Ich bin immer kleiner geworden, immer unsichtbarer. Und ja, in der Kita ist es noch okay. Dann bist du halt das ruhige Kind. Aber in der Schule kannst du halt zum Verhängnis werden. Und dann wurde ich gemobbt, schon von der ersten Klasse. Am Anfang war es eher so, dieses Ausgrenzen, keinen Anschluss finden. Und mit den Jahren kam dann auch irgendwann körperliche Gewalt dazu. Und meine Eltern haben das dann sehr krass mitbekommen. Ich habe das super, super vertuschen können, jahrelang. Und in der dritten Klasse hat meine Mama dann eine Situation mitbekommen. Und da war dann so, okay, jetzt müssen wir handeln. Jetzt haben die auch gewisse Dinge verstanden, die fragwürdig für sie die ganze Zeit gewesen sind. Wie hast du es mit deinen Eltern nicht geteilt? Ich war eh sehr, ich war überhaupt nicht kommunikativ. Also ich habe sehr, sehr selten über meine Gefühle gesprochen, über Dinge, wie ich Dinge empfinde. Und ich hatte auch eine, wie soll ich sagen, einen sehr schwierigen Vater. Er war ein großer Narzisst. Es war auch Gewalt im Spiel. Also er hatte sich halt überhaupt nicht im Griff. Und da war das halt so, wir durften keine Schwäche zeigen. Das hat natürlich mitunter dazu geführt, dass ich mich dann noch kleiner gemacht habe. Weil ja teilweise, wenn ich dann geweint habe wegen irgendwas, dann gab es halt eine Backpfeife. So nach dem Motto, weine nicht. Und das prägt dich ja halt als Kind. Und ich weiß es nicht genau. Ich habe mir nie genau darüber Gedanken gemacht, warum ich das nicht vorher mitgeteilt habe. Aber wir hatten damals nicht diese familiäre Situation, die ich jetzt heute mit meinen Kindern habe. Ich setze die jeden Tag hin und löchere die mit Fragen. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wie hast du dich heute gefühlt? Und das gab es bei uns einfach nicht. Würdest du sagen, für Eltern, wo die Kinder auch sehr verschlossen sind, rückblickend, was denkst du, hätten vielleicht deine Eltern anders machen können, um einem Kind, das diese Mobbing-Erfahrung macht, helfen zu können? Weil wahrscheinlich Scham da ist, irgendwie die Angst da ist, nicht das Vertrauen da ist, sich irgendwie an irgendjemanden wenden zu können. Vielleicht der Glaube, dass einem nicht geglaubt wird, wenn man das erzählt. Was kann man als Eltern machen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt in meinem Kind nicht, aber das Kind erzählt es selber noch nicht? Wie kann man da als Eltern vielleicht die Brücke schlagen? Also, meine Eltern haben das damals so gemacht, dass sie das komplett getrennt haben. Schule war Schule. So, die Lehrer werden sich schon drum kümmern. Also, das war ja noch so diese Einstellung. Die Lehrer sind dafür da, dass sie das Kind auch noch erziehen und Stoff beibringen. Und ja, wir sind halt zu Hause dann für dich zuständig. Und da einfach mehr in den Kontakt gehen, auch in die Schulen mit reingehen. Also, ich habe halt, das war auch bei uns in der Kultur so, also ich habe einen arabischen Hintergrund. Und da waren die Eltern nicht beim Elternabend und haben sich für irgendeine Wahl zur Verfügung gestellt oder einen Elternbeirat oder so. Da war keine Kommunikation zwischen der Schule und meinem Elternhaus. Und deshalb haben die viele Dinge auch gar nicht mitbekommen. Und die haben sehr großen Wert auf meine Leistung gelegt in der Schule. Das war natürlich immer das Allerwichtigste. Aber wie ich mich da fühle oder so, war da nicht so entsprechend. Und deshalb denke ich, ist einfach die Kommunikation, wenn man es nicht schafft, den Zugang zum Kind zu finden, über Bezugspersonen, über die Freunde, über die Eltern der Freunde, über die Lehrer, da einfach zu versuchen, mehr Einblick zu haben. Und ja, auf jeden Fall Druck rausnehmen. Also Druck hat bei mir immer eine ganz große Rolle gespielt. Also ich musste immer funktionieren. Also meine Eltern haben sehr, sehr großen Wert. Mein Papa, meine Mama eigentlich nicht. Also wenn du jetzt von deinem Papa sprichst, ist es dein Stiefvater? Genau, also er war immer mein Papa, hat uns auch adoptiert. Ich hatte nie das Gefühl, er ist mein Stiefvater gewesen. Und ja, als sie das dann aber mitbekommen haben, haben sie Gott sei Dank richtig reagiert. Also die haben dann schon verstanden, okay, wir haben hier eine echt blöde Situation. Wir können aber jetzt an den Umständen schnell nichts verändern. Sondern die haben das richtig erkannt, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen Rola helfen, dass sie stark genug wird, um diese Umstände überhaupt handeln zu können. Weil wir können jetzt die Schule wechseln, du änderst die Umstände, aber es ändert sich nichts an der Person. Und dann haben sie gemeint, okay, komm, wir probieren es mal mit Sport. Und ich bin aber noch nicht zum Boxen gekommen. Ich habe erst mal so die Klassiker für so ein kleines, ich war so ein sehr, sehr sensibles Kind, für so ein kleines, sensibles Mädchen ausprobiert, tanzen, reiten, schwimmen, turnen. Meine Schwester war Leistungsturnerin und die hat schon sehr früh angefangen. Bei ihr war das das Gegenteil, die hat zu viel Energie gehabt und der Sport hat sie runtergebracht und hat ihr so einen Ausgleich gegeben. Aber das war halt alles gar nicht meins. Und irgendwann haben sie es auch sein lassen nach ein paar Monaten. Und mein Vater war Hobby-Kickboxer. Und auf einmal sagt er so, hey, komm doch einfach mal mit ins Training. Und alle waren so, bist du jetzt verrückt? Was will die dort? Das ist doch viel zu hart. Das war 1994. 1994, also das ist nicht wie heute, weißt du, dass das Gang und Gäbe ist. Da gab es nicht mal Frauen, die diesen Sport ausgeübt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich war so, okay, wenn Papa das sagt, ich gehe dann mit. Und ich habe mich dann auch nicht so alleine gefühlt, weil Papa war ja dabei. Und ja, ich bin da reingekommen. Das war am 17. Mai 1994, ich werde das Datum nie vergessen. Und das war einfach mein Ort. Ich bin da rein. Ich hatte die Kickboxhose von ihm an. Die ging mir so bis zum Schienbein. Und ja, der Trainer hat ihm den Vogel gezeigt. Der Trainer hat sich komplett gewehrt. Er hat gesagt, was will ich mit ihr? Das ist ein Kind und auch noch so ein Kind. Hier ist Härte. Hier ist die Stinken, die Schwitzen, die schreien im Training. Und das passt halt einfach nicht. Und mein Vater hat ihn aber überzeugt, mich einfach mitmachen zu lassen. Und der ist mich dann nicht mehr losgeworden. Krass. Und du hast so richtig in dir gefühlt, das ist, wo ich hingehöre? Ja. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es war einfach ein Gefühl. Es war wie so ein Magnet, dass ich sage, okay, hier bin ich. Und hier muss ich auch bleiben. Wow. Wie ging es dann weiter? Ich habe erst mal für mich trainiert, also ohne jegliche Ambitionen oder zu sagen, ich trainiere auf ein bestimmtes Ziel hin. Sondern das Ziel war einfach, mich zu stärken. Und das ging relativ schnell. Also ich habe schon nach einigen Monaten gewisse Auseinandersetzungen in der Schule dann selber handeln können, ohne mich körperlich zu wehren. Also ich musste mich nicht durch den Schulhof bügeln. Was war anders? Wie hast du es anders geklärt bekommen? Situation. Man nimmt mir einfach meine Schulsachen weg. Mein Mäppchen und schmeißt es in den Müll oder packt es in seinen eigenen Schulranzen. Ich bin dann hingegangen, ich habe es mir zurückgeholt. Ich bin laut geworden. Ich habe mich einfach sichtbar gemacht. Und das war dann für die anderen so, okay. Weil es ist ja im Endeffekt so, ich habe die Grenzen akzeptiert. Ich habe ihre Grenze die ganze Zeit akzeptiert und meine war ja halt hier. Ich habe einfach meine nach außen getragen und sie oder ihre Grenze einfach so kleiner gemacht. Und das war allein für die Kinder schon so ein kleiner Schockmoment. Und dadurch bin ich natürlich stärker geworden, habe mehr Selbstvertrauen gewonnen. Und so, ich habe einfach Flagge gezeigt, würde ich sagen. Und musste mich Gott sei Dank wirklich nie, eine körperliche Auseinandersetzung hatte ich mit einem. Der war dann sehr, sehr hartnäckig, der trotzdem weiter versucht und weiter versucht, mich da in die Schranken zu weisen. Und dann habe ich das mal gemacht. Dann war es geklärt. Ja, und es ging echt sehr schnell. Ich bin ein Jahr später dann in die weiterführende Schule gekommen und war dann Klassensprecherin. Wow. Also so die Transformation war dann schon nicht, ja okay, ich komme jetzt ein bisschen klar. Sondern ich war dann eine andere Persönlichkeit. Und ja, so ging es weiter. Ich habe einfach für mich trainiert. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir auch gut getan. Und meine Eltern haben das natürlich supportet, weil sie gesehen haben, okay, das trägt Früchte. Wie oft die Woche warst du trainiert? Dreimal am Anfang, was ja schon sehr viel ist für ein Kind. Ich bin halt immer hingegangen, wenn Papa mitging. Und Papa hat dreimal trainiert, nur ich bin halt immer mit. Wow. Und der Trainer hat sich immer gedacht, oh Gott, ich mache heute so, das hat er mir im Nachhinein erzählt, ich mache heute so ein hartes Training, dass die nie wiederkommt. Und ich war immer da und war immer da. Krass. Und ja, aber es war einfach richtig, richtig geil. Wahnsinn, oder was Sport macht. Absolut. Also wie Sport einem so ein Selbstbewusstsein geben kann, wenn man sich einfach auch anders in sich fühlt. Und ich meine gerade jetzt so ein Verteidigungssport dann eben auch. Was würdest du sagen von dem Trainer damals? Gibt es etwas, was er gesagt hat, was dir auch geholfen hat, in dir mehr anzukommen? Ich glaube, es war am Anfang tatsächlich die Ablehnung. Ich glaube, das war so mitunter so ein Antrieb. Ich wurde aber davor ja jahrelang abgelehnt von allen. Aber irgendwie seine Ablehnung, die war so, nee, du Freundin, dir zeige ich es. Was? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist auch Fügung, es sollte so sein. Also das war einfach mein Weg. Wir alle haben ja gewisse Wege, die wir einfach gehen. Wir können sie nicht erklären, wir spüren sie. Und es war am Anfang schon diese Ablehnung. Ich zeige es dir. Und irgendwann war mir das scheißegal, weil ich einfach für mich gemerkt habe, das tut mir gut. Und dann hatte ich die Situation mit 14, die alles verändert hat. Ich bin dann auf einen Wettkampf mitgefahren. War das dein erster Wettkampf? Nee, nee, als Begleitung. Und ich hatte davor ein, zwei Wettkämpfe. Aber das war so, ja, keine Wertung, weil die Gegnerin viel älter war. Es gab kaum Mädchen. Und dann sehe ich so eine ganz kleine, zierliche Frau, blond, als Ringrichterin, während zwei Männer kämpfen. Und dann sagt ein Trainingskollege, hey, kennst du die da oben? Und ich so, keine Ahnung, wer ist das? Und er sagt, das ist Regina Halmig, die Boxweltmeisterin. Und ich war so, nee, nicht dein Ernst. Ich war ja mit 14 schon ausgewachsen und sie ist 1,60 oder so. Also sie ist ein ganzes Stück kleiner als ich. Und ich dachte mir so, also wenn sie Weltmeisterin werden kann, weißt du, eine kleine, zierliche Person, dann kann ich das doch auch. Und ich habe echt mit 14 Jahren diesen Traum geäußert. Und dann hatte ich einfach einen Magnet, der mich da komplett durch die nächsten Jahre geführt hat, was natürlich ein harter Weg war. Aber der Moment hat schon anders, der hat vieles verändert, weil ich plötzlich ein Ziel hatte. Ich hatte das davor nicht. Das Ziel am Anfang war, nicht mehr gemobbt zu werden. Das habe ich dann erreicht. Und dann habe ich nur noch trainiert. Aber ich wusste nie, wofür. Und weißt du, wenn du mit Männern trainierst die ganze Zeit, vor allem als kleines Kind, du kannst dich ja nie messen. Du siehst ja nie deine Entwicklung, weil egal wie, die sind immer besser, stärker. Du bist immer zu schwach. Genau, ja. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so ein Ziel, da kann ich mich selber an mir messen. Um selber einfach immer zu gucken, hey, bin ich besser geworden als vor einem Jahr oder sonst was. Und ja, das war dann so mein Weg. Wann war denn dein erster richtiger Wettkampf? Der war mit 13. Krass. Also das war so eine spontane Aktion. Ich war dort wie immer. Ich bin immer mitgefahren, aber es gab nie eine Gegnerin. Und dann hieß es doch, wir hätten eine. Die ist aber zehn Jahre älter. Aber ihr wiegt genauso viel, also gleich. Und ich so, ja, okay, dann ist es halt ein Kampf ohne Wertung, weil das dürfen sie ja nicht offiziell werten. Und wir haben drei Runden geboxt, aber wirklich hardcore, als ob es um die Weltmeisterschaft ging. Nee, es war das allererste Mal für mich im Boxring zu stehen. Und ich verlasse den Ring und die ganzen Funktionäre stehen vor mir mit solchen Augen. Ich denke mir, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und die sagen, Mädchen, woher kommst du? Wer bist du? Du weißt schon, wer die Frau da oben war. Und ich so, keine Ahnung, wer ist das? Das ist die amtierende Europameisterin. Und wir haben uns halt einfach einen Kampf auf Augenhöhe geliefert. Gott sei Dank haben sie mir die Info nicht vorher gegeben, weil ich wäre nicht in den Boxring gestiegen. Und das war dann auch so der erste Kampf, aber auch so der erste, da bin ich auch sichtbar geworden für die Boxwelt. Und da haben sie natürlich versucht, mich zu unterstützen, was nicht einfach war, weil es eben kaum Mädchen gab in den 90er Jahren. Und das hat sich dann 2003 erst geändert. Also wirklich, ich musste viele, viele Jahre, viel Ablehnung, viel Enttäuschung hinfahren, keine Gegnerin da. Und bin trotzdem aber dran geblieben, weil ich gesagt habe, irgendwann, irgendwann ist dann der Tag da, wo sich alles ändert. Und das war 2003. Was war 2003? 2003 haben sie dann entschieden, okay, es gibt jetzt eine offizielle Deutsche Meisterschaft für Frauen. Das heißt, es gab offizielle Wettkämpfe, Turniere. Und da bin ich 18 geworden auch. Das heißt, ich durfte eigentlich bei den Frauen kämpfen in dem Jahr. Und ja, von da an war es dann wirklich auch ein richtiger Wettkampfsport. Und wie war der Moment, als du deine erste Weltmeisterschaft gewonnen hast? Als dieses Ziel, dieser Traum, den du hattest, als das plötzlich Realität geworden ist? Also wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann ist es Erleichterung. Also dieses, das war ja mein Lebensziel, ich hatte nichts anderes. Laura, ich habe trainiert wie eine Bekloppte, ich habe alles ausgeblendet. Ich habe mein Abitur gemacht, nur um Profisportlerin werden zu dürfen, weil das war eine Voraussetzung meiner Eltern. Die haben gesagt, ich hatte mit 16 schon ein Profiangebot. Meine Eltern haben gesagt, du machst erst Abitur und dann darfst du machen, was du willst. Und ich hatte nicht mal einen Freund. Also ich war dann 24 und war am Lebensziel angekommen. Ich wusste nicht, was passiert danach, was kommt danach. Das war mir auch egal, ich wollte nur dieses eine Ziel erreichen. Und es war in erster Linie aber Erleichterung, weil so der ganze Druck wegfällt. Und weil du auch einfach merkst, so hey krass, ich habe es einfach gerockt und ich war extrem erleichtert. Wie hast du dich, oder bis heute auch, wie hast du dich auf die Kämpfe vorbereitet? Was war für dich mental etwas, in so einen Boxring reinzugehen? Es ist ja einfach so krass. Also es ist ja, ja, also es ist einfach so krass. Was hat dir mental und emotional geholfen, da in deiner Klarheit zu sein, an dich zu glauben und dir halt einfach diese Weltmeistertitel einfach zu organisieren und zu holen? Also ich habe immer gesagt, es gibt zwei Kämpfe, die du führst. Es gibt den ersten Kampf gegen dich selber, da reinzugehen in den Boxring und dann den Kampf mit der Gegnerin. Die sind meistens viel, viel harmloser, als den eigenen Kampf zu gewinnen. Und was mich aber so gestärkt hat und was mir auch diese Konfidenz gegeben hat, da durch diesen Weg zu gehen, war tatsächlich das Training. Ich habe immer mit Menschen trainiert, die viel weiter sind als ich. Ich habe immer mit Menschen trainiert, die mich auch gefordert haben. Und das heißt, ich habe, heute sagt man in der Persönlichkeitsentwicklung, such dir Menschen, die dich vorwärts bringen. Wenn du Millionär werden willst, häng mit Millionären ab und, und, und. Und damals wusste ich das nicht. Damals war das einfach intuitiv alles richtig gemacht. Ich habe mir immer Leute gesucht, von denen ich was lernen kann. Und mir war auch klar, und das hat mein Trainer mir immer gesagt, hey, wenn du mit diesen Jungs das Sparring überlebst, zehn Runden, da kann dir keine Frau, egal wie gut die ist. Die waren immer 20 Kilo schwerer als ich, hatten mehr Erfahrung. Das heißt, ich bin schon im Wettkampf so krass an meine Grenzen gegangen, dass ich wusste, hey, ich habe sechs Wochen oder acht Wochen Wettkampfvorbereitung überlegt. Jetzt kommt eigentlich der Spaziergang. Jetzt kommt der Nachtisch. Genau. Und die Vorbereitung war sehr, sehr entscheidend für mich. Also ich bin immer schon in der Vorbereitung sehr an meine Grenzen gegangen. Ich wurde manchmal auch an meine Grenzen getrieben, weil ich ein sehr, sehr starkes Team hatte. Und das hat mir auch erlaubt, die Kämpfe gegen mich selber zu gewinnen vor dem Kampf, weil du hast Angst, du bist nervös, du zweifelst auch an dir. Das ist ganz normal. Und wie, also lass uns mal in so einen Moment gehen. Es ist, du bist in der Umkleide, bindest dir gerade das Tape, bist, ne, du weißt, okay, in einer halben Stunde ist dieser Kampf und dann gehen diese innere Stimmen an, ne. So, was, wenn ich verliere, was, wenn sie viel besser ist, was, ne, diese Stimmen. Was waren das für Stimmen in dir? Was würdest du sagen, war deine Hauptangst? Und wie hast du dich beruhigt oder wie hast du dich in diesen State gebracht, dann trotzdem in den Ring zu gehen? Meine Hauptangst ist für viele total fragwürdig, aber es war tatsächlich andere nicht zu enttäuschen. Das war meine Hauptangst. Mein ganzes Team, was immer so viel mitinvestiert hat, meine Familie, die tausenden von Leuten, die Fans, die in die Arena kommen, so dieses, hey, ich wollte denen hier eine Show bieten im Endeffekt. Das war meine Hauptangst. Ich hatte nie Angst und das auch schon sehr, sehr früh, dass ich meine Leistung nicht abrufe, weil ich, ich bin eine Performerin. So, im Training bin ich dann so, ja, okay, also ich gebe schon mein Bestes, aber ich weiß, ich kann, wenn es darauf ankommt, liefere ich immer mehr ab. Das heißt, diese Angst vor meiner eigenen Leistung, die hatte ich nie, dass das nicht passt. Ich hatte aber Angst, die Erwartungen der anderen, also total fremdbestimmt eigentlich, aber die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen. Das war meine Angst, dass die enttäuscht sind, dass es ihnen nicht gefällt und damit hatte ich bis zum Schluss sogar zu kämpfen, weil alles andere habe ich sehr, sehr schnell handeln können. Ich habe meine eigenen Rituale gefunden. Ich habe die Musik gehabt, die einfach läuft und dann wird alles abgeschaltet, dann bist du voll in deiner Vision. Was waren deine Rituale? Ich habe sehr stark mit Musik gearbeitet. Was war dein Song? Das war wirklich immer unterschiedlich. Also ich hatte nicht so diesen einen Song, ich hatte aber viel, so gar nicht so die Klassiker, Rocky oder sowas, sondern viel, viel, wie sagt man, instrumentale Musik tatsächlich. Also das hatte ich immer, das hat mich immer irgendwie vorangetrieben. Xavier Naidoo zum Beispiel, also auch gar nicht so typisch Box, Boxermusik. Ich hatte zu jeder Zeit, hatte ich so eine andere Musik, die mich angetrieben hat und ich habe mir immer von meiner Schwester die Haare machen lassen. Das war so ein Ritual. Also wenn sie dabei war, sie war ja auch Leistungssportlerin, aber sie hat wirklich, ich glaube, ganz wenige Kämpfe von mir verpasst. Sie hat mir immer die Haare gemacht, also immer diesen Zopf. Ich habe sie mir immer flechten lassen am Kopf, das konnte sie nicht. Aber den Pferdeschwanz danach, den hat sie immer gemacht und ich habe immer bestimmte Leute in meinem Raum gebraucht. Meine Familie, da musste jeder in die Kabine vorher einmal kurz drücken. Und das waren so Kleinigkeiten, die aber für mich einfach so eine Sicherheit, so eine Ruhe, so eine Routine reingebracht haben. So, es hat alles geklappt bis heute, so wie geplant und der Kampf wird dann auch so funktionieren. Und mir war wichtig, dass ich immer in den Ring gegangen bin, um zu gewinnen. Also ich bin nie reingegangen, um einfach Spaß zu haben und zu gucken, weil da kann zu viel passieren beim Boxen. Beim Boxen solltest du nicht reingehen, um Spaß zu haben, weil, das muss man einfach mal sagen, das ist ein gefährlicher Sport. Heute würde ich es nicht mehr machen. Nee? Nee, oh Gott. Nee, gar nicht. Auch meine Kinder, wenn irgendjemand mich fragt, ja was, wenn die boxen wollen? Dann sage ich, ich wäre jetzt nicht gerade so erfreut darüber überhaupt nicht. Gott, wie hat es meine Mama immer ausgehalten? Das frage ich mich auch ganz oft. Ja, also es ist, ich würde, wenn ich heute die Wahl hätte, heute in dem Alter, würde ich es nicht mehr machen. Das wäre mir da, aber ich tick halt heute anders. Ich habe zu viel erlebt, ich bin sehr schmerzgeprägt. In den letzten Jahren und deshalb, aber zu dem Zeitpunkt war alles richtig. Es ist alles so gewesen, wie es sein sollte. Was hast du durchs Boxen gelernt? Weil ich finde, Boxen ist ja auch, das war einer der Hauptgründe, warum ich diesen Sport auch gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, er bringt dir so viel bei. Also nicht nur den eigenen Körper, den du so krass ja warst, weil du brauchst ja so eine unfassbare Koordination und Schnelligkeit und Konzentration und Körpergefühl, Ausdauer. Also es ist ja einfach krass, für den Körper ist es ja wirklich einer der besten Sport, jetzt nicht das Kämpfen, sondern das Training. Den Sport an sich, ja. Das ist ja crazy. Wahnsinn, ja. Ich war auch wirklich, manchmal, es gibt so ein paar Fotos von mir in der Zeit, wo ich dann hier in Berlin im Boxsein war, ich war eine Kante, ich sah aus, wirklich ungelogen. Ich hatte Muskeln, wirklich vom Nacken gerückt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich hatte Oberarmes. Ja, das ist ein Ganzkörpertrainer. Weil ich baue so schnell Muskeln aus. Und wo ich mir manchmal wirklich, wenn ich diese Bilder sehe, ich denke, so, oh mein Gott, Laura. Aber es hat sich irgendwie, ich weiß noch, mein Körpergefühl damals, ich habe mich so gut gefühlt in mir, weil mein ganzer Körper, ich war so stark. Wirklich, ich war so stark. Was würdest du sagen für dich, was hat dir das Boxen an sich, jetzt wirklich auch natürlich mit den Wettkämpfen, aber was hast du gelernt durchs Boxen? Wenn du so drei, vier Dinge, es auf drei, vier Dinge runterbrechen würdest, was sind so die Geschenke, die dir Boxen gegeben hat? Also einmal das Körperbewusstsein, einmal die Körperbeherrschung natürlich auch. Also du musst dir vorstellen, gut, ich habe es jetzt wettkampfmäßig gemacht, das schafft jetzt nicht jeder, der boxt, aber ich konnte mein Gewicht in einer Woche fünf Kilo hoch oder runter variieren. Also auf Knopfdruck. Ich wusste, wie viel ich essen und trinken muss, wann ich das muss. Also diese, ich habe teilweise Tage im Vorfeld gespürt, dass ich krank werde, weil ich jede Veränderung wahrgenommen habe. Das war halt mein Werkzeug. Und das, was mir der Sport aber am allermeisten beigebracht hat, ist, dass es keine Grenzen gibt. Und das hat tatsächlich mein Trainer, also da hat er einen großen Teil dazu beigetragen, weil er immer im Training zu mir gesagt hat, wenn du nicht mehr kannst, mach einfach weiter. Krass. Und das nehme ich einfach mit an alle Lebensbereiche, weil wir haben immer irgendwelche Bereiche, wo wir denken, okay, jetzt ist aber Schluss, jetzt geht es nicht mehr. Und schlussendlich geht es ja immer noch so ein bisschen, es geht gar nicht darum, immer Quantensprünge zu machen, aber so diese eigene Grenze immer so ein bisschen zu piesacken und zu sagen, nee, ein bisschen geht noch. Und das habe ich echt durch den Sport gelernt. Und das ist auch das, was viele Menschen an mir und meiner Einstellung nicht verstehen, so dieses, wie kannst du aus so einer Situation weitermachen? Weil ich es einfach gelernt habe. Ich kenne es nicht anders. Was war eine Situation in deinem Leben, wo Leute gesagt haben, wie kannst du jetzt unabhängig vom Kämpfen, wie kannst du da weitermachen? Also die heftigste Situation, was mich auch so bekannt gemacht hat, das ist leider nicht das Boxen gewesen, sondern es war ein Tag am 1. April 2011. Da hatte ich ein halbes, ein Dreivierteljahr zuvor einen Mann kennengelernt, habe mich verliebt mit 25, das erste Mal, war halt schon Boxweltmeisterin auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Alles lief nach Plan und mein Vater ist aber nicht damit klargekommen und wollte uns auch die Beziehung verbieten und nein, das passt nicht und das ist eine Ablenkung und unsere Karriere ist gefährdet. Er war mein Manager zu dem Zeitpunkt mehrere Jahre und ja, und das ist dann so weit eskaliert, dass ich den Weg dann alleine weitergehen musste. Er hat uns bedroht und ich bin dann nach Berlin gefahren, zu einem WM-Kampf. Da hätte ich meinen dritten WM-Gürtel gewinnen können und ja, stehen in meiner Umkleidekabine, alles wie immer. Der einzige Unterschied, mein Vater war nicht da, weil er war ja immer bei meinen WM-Kämpfen oder bei meinen Kämpfen grundsätzlich dabei und ich höre dann draußen plötzlich Tumulte und auf einmal knallt es und es knallt nochmal. Und ich hatte aber morgens schon dieses Gefühl, es ist ein ganz komischer Tag. Aber ich habe mir selber, also mein Verstand hat mir eingeredet, nee, nee, es ist nur, weil Papa nicht da ist. Und ja, auf einmal geht die Kabinentür auf und er steht da. Ich hatte zwei Leibwächter vor der Kabine und die liegen dann da, alles voll mit Blut und das waren Millisekunden. Also die Tür geht auf, ich sehe Blut, ich sehe die Menschen, ich habe vorher dieses Knallen gehört und mein Vater war bewaffnet. Und ja, er kommt zu mir in die Kabine, sagt alle raus, mein ganzes Team geht raus, die machen die Tür hinter sich zu und auf einmal knallt es. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht mal auf dem Schießstand warst, so ein Schuss ist echt verdammt ohne Schutz sehr, sehr laut. Und ich habe so laut geschrien, weil ich gedacht habe, jetzt hat es mir meine Trommelfell zerrissen. Und irgendwann, als ich mich dann beruhigt habe, merke ich so, okay, scheiße, ich habe ein Loch in der Hand. Oh Gott. Also die Pistole oder der Schuss hat mich getroffen und ja, das war so der Moment, der alles verändert hat in meinem Leben. Ich war 40 Minuten mit ihm in dieser Kabine eingesperrt, er hat drei weitere Male geschossen, beide Füße in ein Knie, alles Durchschüsse. Und ja, dann, ja, 1. April 2011, danach war einfach alles anders. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, ich hatte neun Stunden Not-OP und hatte halt den Scherbenhaufen meines Lebens da. Und die Aussagen, die waren, da war alles dabei. Du wirst im Rollstuhl sein, du wirst nie wieder laufen können, du wirst eine verkrüppelte Hand haben, du wirst humpeln. Und ja, ich habe diese Aussagen gekriegt, ich habe in zwei Wochen neun Not-OPs gehabt, also alle wirklich gefühlt alle zwei Tage eine große OP über mehrere Stunden. Und das war aber ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp, 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 stopp. Das ist eure Ansicht, das ist eure Vorstellung, aber nicht meine. Und ich bin tatsächlich so verrückt gewesen, zu sagen, ich probiere es und es stand 21 Monate später wieder im Boxring. Und das war der Moment, wo alle gesagt haben, wie geht das? Also wie konntest du nach so einer Situation trotzdem weitermachen? Weil nicht nur mein Körper hat gesagt, ich kann nicht mehr. Mein Vorstand hat gesagt, ich kann nicht mehr. Die Ärzte haben gesagt, du kannst nicht mehr alle. Also gefühlt die ganze Welt hat gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe halt das gemacht, was mein Trainer mir beigebracht hat. Und das war so der krasseste Moment natürlich für mich, aber auch für alle anderen Menschen, dass sie sagen, okay, so Mindset ist da. Was hat das emotional mit dir gemacht? Also wenn dein eigener Vater dich anschießt, also wie bist du emotional? Hast du danach eine Therapie gemacht? Hast du Hilfe bekommen, das zu verarbeiten? Weil das ist ja ein größeres Trauma, kann man ja kaum erfahren. Absolut. Ich war auch sehr, sehr offen für Hilfe. Ich habe im Krankenhaus in Berlin direkt mit einem Psychologen gearbeitet. Der war super. Hat gepasst, hat sich gut angefühlt. Aber dann wurde ich verlegt nach Hause, nach Ulm, zwei Wochen später. Und da hat es halt nicht mehr gepasst. Also da bin ich mit der Psychologe nicht klargekommen, habe dann eine andere probiert. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich kann nicht in meinem Kalender, auf Termin über meine Emotionen sprechen und mich wieder reinbeamen in diese Kabine. Das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ich muss da für mich einen Weg finden. Und habe dann für mich gesagt, ich möchte keine psychologische Behandlung und habe alles komplett selber. Also ich habe mich selbst therapiert, ich bin in den Boxring zurückgekehrt, ich bin wieder Weltmeisterin geworden, habe drei Jahre noch aktiv gekämpft, komplett ohne psychologische Betreuung. Muss sagen, das kann ich gut, ich kann das funktionieren, auf Knopfdruck, Emotionen ausschalten, das habe ich ja gelernt. Wenn du in den Boxring gehst und 8000 Leute dich ausbuhen, dann darf das dich nicht durcheinander bringen. Du musst abliefern, du schaltest alles ab, du bist so in the zone, sage ich mal, und funktionierst einfach. Und das konnte ich. Ich habe aber dann natürlich, als ich meine Karriere beendet habe, die volle Klatsche bekommen, weil dann alles eingebrochen ist auf mich. Dann hatte ich nicht mehr irgendein Ziel, worauf ich hinarbeiten musste. Und dann bist du da und dann sind wir auch ausgewandert, sind dann ins Ausland gezogen und ich dachte so, okay, du änderst einfach die Location und alles ist cool. Ja, irgendwie kommt einem manchmal dieser Gedanke und man stellt dann fest, scheiße, ich habe mich mitgenommen. Ja, genau. Und ich sage dann immer so, die Probleme waren dann immer Handgepäck versteckt. Die haben dann irgendwann an meine Tür geklopft und haben gesagt, guck mal, du hast jetzt ein geiles Haus am Strand, das, was du immer wolltest. Aber erst mal musst du mit uns klarkommen. Erst mal musst du uns hier aus deinem Leben verbannen, weil wir gehen nicht. Und das war dann so eine ganz, ganz heftige Identitätskrise, Depression und es war alles sechs, sieben Jahre nach dem Vorfall. Also ich habe sechs, sieben Jahre funktioniert. Ich bin auch sehr, 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 sehr kalt geworden. Ich habe eine Ultraschwierigkeit gehabt mit Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Verständlicherweise. Und das war so ein Hin und Her. Ich habe Menschen geliebt um mich rum, aber ich habe sie auch manchmal gehasst und wollte einfach nur alleine sein. Aber alleine sein heißt dann auch, okay, dann beschäftigst du dich mit dir. Und das hat mir auch nicht gepasst. Und das war auch der Rutsch in die Persönlichkeitsentwicklung. Das war dann der Moment. Wir hatten dann nach dem Ende meiner Karriere auch einen sechsstelligen Schuldenbetrag. Also der Sport. Ich habe viele, viele unternehmerische Fehler gemacht, weil ich auf große Deals eingegangen bin, die ich nicht händeln konnte. Weil ich mir keine Profis geholt habe, weil ich anderen das nicht anvertrauen wollte und gedacht habe, ich kriege alles selber hin. Und ja, dann hast du das halt auszubaden. Und so sind wir überhaupt in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht. Ach krass. Über meinen Mann, der hat dann so, ja, hier, Money Mindset und das ganze Thema. Ist dein Mann heute der Mann, mit dem du da bist? Genau, ja. Das ist meine erste große Liebe. Und den habe ich dann auch geheiratet. Wir haben dann Kinder gekriegt. Und für mich war das aber alles spooky. Ich so, lass mich in Ruhe mit diesem, du denkst auch, irgendein Typ im 9000-Euro-Anzug auf YouTube kann dir jetzt, das ging um Bodo Schäfer damals, kann dir jetzt erklären, wie dein Leben funktionieren soll und und und. Ich war sehr, sehr abgeneigt. Und habe halt, weil ich in mir, weil da alles schlecht war, weil alles Trauer war, Wut, Hass. Ich habe ja meinen Vater gehasst zu dem Moment, Zeitpunkt, ich habe ihm alles gewünscht, sogar den Tod. Und ja, dein Außenbild oder dein Außenleben, du spiegelst ja nur dein Innenleben. Und das war alles scheiße. Und irgendwann, er hat sich Gott sei Dank nicht davon abhalten lassen, ist den Weg einfach weitergegangen, hat angefangen, Journale zu schreiben. Der kam mir jeden Tag mit vier Heftchen. Dankbarkeitsjournal, Erkenntnisjournal und ich so, Schatz, du liest nicht mal Bücher? Du hast es mir jetzt vorhin erlebt, wie du es so ganz anders. Ja, ja, das war so süß, er ist gerade oben bei mir im Wohnzimmer direkt zum Bücherregal. Sofort. Und so, welche Bücher empfiehlst du mir? Immer, das ist so. Das ist so, bei mir, es gibt, finde ich, nichts Sympathischeres als Menschen, die zum Bücherregal gehen. Und das hat dann so, ich habe ihn dann einfach machen lassen, aber ich habe es nicht ernst genommen. Ja, okay. So, diese Aussagen, die ich heute als Coach höre, so dieses, ja, ja, so Journale schreiben, ich verstehe die, weil ich war genauso. Und irgendwann habe ich aber die Resultate im Außen gesehen, habe plötzlich das gesehen, dass er die Finanzen plötzlich handelt und dass das einfach viel, viel besser läuft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich mir mal dieses ganze Thema mal an und, ja, ich habe mich dann sehr, sehr schnell verliebt und war dann wieder in diesem Bereich, wo ich mich ja sehr wohl gefühlt habe von früher. Ich hatte ja die richtige Einstellung, ich hatte immer das richtige Mindset, was mich meinem Ziel näher gebracht hat. Und ich musste das jetzt nur in eine andere Kulisse verpacken, ins normale Leben und nicht nur WM-Gürtel. Ich musste halt so meine neuen WM-Gürtel für mich finden, neue Lebensziele. Und das hat, heute sage ich, das hat mein Leben also gerettet. Ich wäre heute eine sehr, sehr, sehr traurige, unzufriedene Mutter, Frau, Mensch, weil ich hatte ja verschiedene Rollen damals schon. Und es hat natürlich nicht nur mein Leben beeinträchtigt, sondern das Leben von allen in meinem Umfeld. Und deshalb sage ich heute ganz, ganz klar, Persönlichkeitsentwicklung hat mich gerettet. Was hat dir geholfen, wenn wir uns die Persönlichkeitsentwicklung angucken oder alles, was dann danach für dich gekommen ist? Auch da, du hast vorhin angesprochen, du warst so wütend. Du warst voller Hass für deinen Vater, wahrscheinlich auch gegen dich zum Teil. Also, dass du es jetzt nicht hinkriegst, sozusagen in Anführungsstrichen, all das, was du irgendwie vorher hattest, weiterzuleben. Wie hast du es geschafft? Also, was hat dir dabei geholfen? Weil du sitzt jetzt vor mir und ich spüre dich ja. Du bist ja, du bist einfach da, du bist bei dir, du bist wie so angekommen hier einfach. Und du kennst dich, du kennst deinen Weg. Was hat dir geholfen, diese innere, emotionale Welt, die ja, ich weiß nicht, übergeordnet verbittert vielleicht? Ja, ja, absolut. Diese Verbitterung aufzulösen und in diese Dankbarkeit auch wiederzukommen oder in diese Freude. Was würdest du sagen, Waren? Weil ich glaube, du hast es gerade so perfekt gesagt. Ich sehe das ja auch so oft, dass die Menschen, die auch mit Persönlichkeitsentwicklung erstmal gar nichts anfangen können, was auch total legitim ist. Wir alle haben unser Timing in unserem Leben und ich bin auch immer, jeder darf und muss denken, was er will. Und manchmal ist es dann aber auch, wo ich mir denke von außen, ja, du kannst es gerade gar nicht sehen, weil du so in deinem Hass gefesselt bist und alles darauf projizierst und alles schlecht ist, weil du dich in dir so schlecht fühlst. Was hat dir geholfen, diese Emotionen zu transformieren, für dich zu integrieren, zu heilen? Also klar war das die Arbeit an mir, Glaubenssätze und Mindset und, und, und. Aber das waren so kleine Sprünge, kleine Entwicklungen, die ich gemacht habe. Ich habe mehr Klarheit gewonnen. Die größte Entwicklung habe ich gemacht, als ich mich mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt habe. Das war dann so der Game Changer schlechthin. Bei mir, in meinem persönlichen Leben, aber in allen anderen Lebensbereichen. Das hat mich in allen Lebensbereichen von den Finanzen, vom Business her so nach vorne katapultiert. Das ist so, du verstehst mich, weil du kennst es. Aber für andere ist es so, jetzt ist sie komplett durchgedreht. Und Vergebung war schon ein riesen Game Changer. Krass. Das hat alles verändert. Würdest du sagen, dass du deinem Vater vergeben hast? Ja, definitiv. Also ich habe zehn Jahre, habe ich das mit einem ganz klaren Nein beantwortet, weil ich auch zehn Jahre nie darüber Gedanken gemacht habe. Und ich wollte es zehn Jahre nicht. Ich wollte diesen Hass. Ich habe mich da so wohl gefühlt in dieser Opferrolle. Und ich habe, also unbewusst. Bewusst habe ich mich natürlich nie als Opfer dargestellt. Aber dieses Nicht-Loslassen ist so eine Art Schutz gewesen für mich. Und einfach zu sagen, hey, nee, das hat nichts mit Schwäche zu tun, dem anderen zu vergeben, sondern mit purer Stärke. Und vor allem so, ich habe einfach diesen Hass ausgetauscht. Einfach dieses Herz, was dann irgendwann einfach nur ein Stein war, ausgetauscht und Platz gemacht für Neues, für Freude. Weil ich habe mir immer die Frage gestellt, wer will ich denn sein? Und die Frau, die ich war, im Außen erfolgreich und so, ja, da war ich, aber der Mensch im Inneren, der hat mir nicht gefallen. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, okay, und das war natürlich, ich kam selber nicht auf den Trichter. Das war natürlich Arbeit mit meinem Coach damals und in vielen Gesprächen. Und das war tatsächlich seine aller, allererste Frage an mich. Wir haben über nichts anderes gesprochen. Einfach nur, hast du deinem Vater eigentlich vergeben? Und es war so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe die Frage davor gefühlt hunderte Male von Journalisten, von anderen Menschen gehört. Ich war ja in gefühlt jeder Show eingeladen, weil ich bin sehr, sehr offen auch damit. Das war für mich auch eine Art Selbsttherapie, so mich davon zu distanzieren, wenn ich sehr offen damit umgehe. Und die Frage hat mich nie berührt. Aber als er mir die Frage gestellt hat, so das war die Frage zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, vom richtigen Menschen gestellt zu kriegen. Und es war dann für mich wie so eine Erleuchtung, so, ich glaube, das ist der Schlüssel. Und es hat sehr, sehr vieles ausgelöst, äh, aufgelöst. Und ich muss aber auch sagen, viele denken immer so, ja, Vergebung, ich setze mich jetzt hin, schreiben Brief und habe ich vergeben. Es war schon ein Prozess. Also ich habe mich monatelang sehr, 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 ich habe mich auch dagegen gewehrt, emotional, ich wollte das nicht, weil ich dann so auf emotionaler Ebene mich immer schwach gefühlt habe. Aber auf bewusster Ebene, auf mentaler Ebene habe ich versucht, mich zu programmieren, dass ich damit die Kontrolle wieder über mein Leben erlange. Weil davor war das immer so, er ist schuld an allem. Es platzt ein Luftballon, ich breche zusammen, ich fange an zu weinen, weil es sich wie ein Schuss anhört. Ich kann Silvester nicht miterleben, Feuerwerk war für mich die Hölle. Und immer war es, er hat mir das angetan. Er hat mich jetzt in die Situation gebracht. Also ich war gelöst von ihm, er saß im Gefängnis, aber er hat immer noch die volle Kontrolle über mich gehabt. Und das habe ich nie verstanden, weil ich halt so gefangen war in dieser Opferrolle. Und als ich mich mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, auf emotionaler Ebene kriege ich es noch nicht hin, bin ich es auf mentaler Ebene, auf bewusster Ebene angegangen. So einfach mir ganz klar und rational zu erklären, warum Vergebung, wie das geht und so weiter und so fort. Und ich brauche viel Erklärung, ich muss verstehen und dann schaffe ich es auch auf mein Bauchgefühl und meine Intuition zu hören. Und beziehungsweise ich muss mir meine Intuition immer erstmal selber erklären. Und dann ging das und das war echt, das war einfach das Beste. Das Beste, ich habe plötzlich Zugang, ich habe Menschen Zugang erlaubt zu mir und das hatte ich davor nicht. Und ich war immer so in diesem, du musst jetzt machen, du musst funktionieren, du kannst das. Und das konnte ich ja auch, das war so. Dein Default Mode halt. Genau, da habe ich mir nie Sorgen gemacht. Aber so dieses, dieser Menschsein, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen und sie auch mal zuzulassen. So auseinandersetzen habe ich schon, weißt du, auch beim Boxen setzt du dich immer mit deinen Emotionen auseinander. Aber es ist so, ich will die Kontrolle über die Emotionen, weißt du, was ich meine. Und da war es einfach mal, die zuzulassen, zu akzeptieren und zu verstehen, die gehören auch dazu, die gehören zum Leben. Die haben ihre Berechtigung und vor allem, die wollen uns ja immer was sagen. Und das zu verstehen hat dann schon sehr, sehr vieles verändert. Und ich habe nie wieder mit meinem Vater gesprochen. Ich habe keinen Kontakt zu ihm und ihm trotzdem vergeben. Also Vergebung heißt nicht, ich baue die Bindung wieder zu ihm auf, sondern ich löse mich einfach von der Vergangenheit. Ich löse mich von allem, was mir nicht gut tut. Und dass ich das selber in der Hand hatte, das habe ich nie verstanden. Danke fürs Teilen. Ich bin ja, also es ist quasi so interessant, weil unsere Geschichten in der Entwicklung, auch wenn die äußeren Dinge anders waren, aber unsere Geschichten sind sehr ähnlich von der Entwicklung. Und ich würde auch bei mir sagen, Vergebung war der Schlüssel. Vergebung ist der Schlüssel, wo du halt wirklich deine Macht zu dir zurückholst, deine Lebensenergie zu dir zurückholst und dich eben, gefühlt saßt du ja mit deinem Papa in der Gefängniszelle. Ja, sieben Jahre. Vergebung ist ja dieses aus der Zelle rausgehen. Und was ich daran auch so wichtig finde, was du gesagt hast, ist, du kannst auch vergeben, ohne dass sich der andere entschuldigt, ohne dass irgendwie der andere auf dich zukommen muss und sagen muss, kannst du mir bitte vergeben? Sondern du kannst vergeben, ohne dass du jemals wieder mit dieser Person sprechen musst, diese gesunde Grenze zu halten, aber selber wieder frei zu sein und eben dieses versteinerte Herz auszutauschen wieder in ein Herz, was schlägt, was lieben kann, was Nähe zulässt. Gab es einen Moment, wo du rückblickend sagen kannst, dass du so richtig gespürt hast, so, oh Gott, ich habe mich wieder, ich bin wieder bei mir angekommen, wo du das Gefühl hast, so dieser Prozess der Vergebung war auch auf emotionaler Ebene abgeschlossen? Ja, tatsächlich. Und zwar, als ich damals im Krankenhaus war, haben wir einen Brief geschrieben. Also mein heutiger Mann und ich, ich konnte ja nicht schreiben, ich hatte so externe Fixateure, er hat das für mich geschrieben. Und da habe ich einen Brief an mich geschrieben, also an mein zukünftiges Ich, damals schon. Und ich habe mir damals versprochen, diesen Brief zu öffnen, wenn ich angekommen bin. Also wenn ich, wenn ich diese Person, also richtig crazy, diese Person, die ich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus war, wenn ich die nicht mehr bin. Weil ich wusste damals schon, ich will das nicht, was gerade passiert, aber ich konnte mich noch nicht so, so führen. Und das ist richtig, richtig spooky, was ich jetzt erzähle. Ich habe diesen Brief auf den Tag genau, zehn Jahre später, also zehn Jahre nach dem Attentat, am 1. April 2021, habe ich den bei meinem allerersten eigenen Webinar als Coach, als Mindset-Coach geöffnet. Und das vor tausend Leuten. Also nicht dieses, okay, ich sitze in meinem Kämmerchen und ich lese den und ich weine, sondern ich habe mir das auch noch zur Aufgabe gemacht, so hey, jetzt zeigst du mal, wer die wahre Roller ist. Und den Brief da zu lesen und vor allem, ich wusste ja gar nicht mehr, was drin stand. Und dann zu lesen, dass einfach alles, was ich mir damals gewünscht habe, wahr geworden ist, das war dann schon so, okay, jetzt bist du angekommen. Vergeben hatte ich schon zu dem Zeitpunkt, also das war mir dann auch schon bewusst, ich hatte es noch nicht kommuniziert nach außen, aber durch das Lesen des Briefes und durch das, dass ich das dann auch danach gesagt habe, war da einfach so der letzte Knoten einfach gelöst. Und das war so, das hat für mich alles dann Sinn gemacht. Es musste alles so sein. Das ist so magic, oder? Wie Zeit auch einfach, ich finde, wenn man sowas hört und ich habe auch da, witzigerweise, war eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, ich war viel jünger. Ich habe damals, als ich mein Auslandsjahr gemacht habe, haben wir, bevor wir ins Ausland gegangen sind, einen Brief an uns geschrieben und haben den dann bekommen, nachdem wir wieder zurückgekommen sind. Genial. Und man kann sich an nichts erinnern, was in diesem Brief, ich weiß noch, dass dieser Brief zu mir nach Hause geschickt wurde und ich sehe die Adresse und ich denke mir, krass, hat jemand eine Schrift wie ich? Ich konnte mich noch nicht mal mehr daran erinnern, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Und das ist ja so krass, so eine Magic dann. Und was ich gerade eben auch gedacht habe, was so schön ist an dieser Geschichte, weil gefühlt war die Rola, die zehn Jahre später diesen Brief gelesen hat, in dem Moment, als du ihn geschrieben hast, war die ja schon da. Ja. So, dieses Thema Manifestieren, dieses Thema Higher Self und, und, und. Und das ist aber, also das Zeit ja eine Illusion ist, das ist ja energetisch, ist es da, bist du da gewesen? Und ich finde, das ist auch was, was mir immer so eine Hoffnung gibt oder so ein, sich immer wieder damit zu verbinden, es ist da und du darfst jetzt reinwachsen. Und dieses Gefühl auch immer, so mein 40-jähriges Ich, mein 50-jähriges Ich, mein 60-jähriges Ich, die sind immer da und es gibt so viele Momente, wo ich so richtig fühle, wie die einfach ihre Hand so auf meinen Rücken legen oder auf meine Schulter und ich so spüre, die sind da. Also, es ist alles schon, I can relax. Ja. Ja, krass. Auf jeden Fall, das war für mich einmal mehr so auch ein Beweis. Ich meine, ich hatte diese Beweise, dass Manifestieren funktioniert, dass du Dinge visualisieren kannst. Ich meine, als ich 14 war, war ich ja schon Weltmeisterin. Sonst hätte ich das nicht gesagt. Sonst hätte ich zehn Jahre nicht so hart gekämpft und gearbeitet dafür. Ich war ja schon immer Weltmeisterin. Ich war nicht erst an diesem einen Tag 2009, sondern zehn Jahre davor schon Weltmeisterin. Das heißt, ich wusste, dass das, dass das geht. Als ich im Rollstuhl saß, war ich schon die Roller, die dann auch wieder WM-Gürtel gewinnt. Und trotzdem, diesen Brief nochmal zu lesen, war dann nochmal so ein Siegel für mich. Es funktioniert. Es ist möglich. Es ist in allen Lebenssituationen möglich. Und vor allem, es ist mehrmals in deinem Leben möglich. Und nicht so, ich habe mir eine Sache manifestiert und das war es, sondern du kannst so, so viel mehr. Und mir selber das, obwohl ich das eigentlich weiß, aber trotzdem immer wieder, wir brauchen ja so die eigenen Beweise. Und das war für mich einer der größten Beweise, sodass, okay, alles ist möglich. Oh mein Gott, du musst so stolz auf dich sein. Ich finde es crazy. Also Wahnsinn. Oh mein Gott, du kommst auf jeden Fall in meinen inneren Vorstand. Dankeschön. Wo ich nochmal kurz drauf eingehen wollen würde, weil ich weiß, viele Frauen hören auch gerade zu und das Thema Finanzen ist ja einfach gerade für Frauen einfach so ein Riesenthema, wo wir meiner Meinung nach viel zu wenig hingucken, wo wir voll unfair auch manchmal miteinander sind, dass wir Erfolg einander irgendwie missgönnen oder anstatt irgendwie zu sagen, ey, du willst die Mio machen, so geil, go for it. So, I have your back. Ich werde dir applaudieren, wenn du da bist und du für dich das einfach erschaffst, was du gerne leben möchtest. Einfach aus diesem, gar nicht aus diesem Mangel heraus, sondern aus diesem Wissen, so, du hast es verdient, all die Fülle dieser Welt. Und wenn es das ist, was du möchtest, go, also do it. Du hast vorhin gesagt, dass es bei dir diesen Moment gab, ihr wart verschuldet, unter anderem, weil du viele, in Anführungsstrichen, falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen hast. Was würdest du sagen, heute mit all dem, was du gelernt hast, wenn du dich so ein bisschen eintunst in die Frauen, die hier gerade auch zuhören oder auch Männer, was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Dinge, die du rückblickend gelernt hast über Geld, die dir heute helfen, einfach voll erfolgreich zu sein in dem Leben, so wie du es jetzt lebst? Also das erste Learning war für mich, dass Geld genug da ist. Geld ist im Überfluss da. Geld ist für alle da. Und das Zweite ist aber, Geld ist eine Fähigkeit. Also das ist nicht, ich setze mich hin und male mir ein schönes Vision Board und glaube daran, sondern du musst auch die Dinge dafür tun. Du hast letztens eine geile Story gemacht vor zwei Tagen, so, ich arbeite gerade an meinem Buch und egal wie ihr euch fühlt, setzt euch auch hin und macht die Arbeit dafür. Und auch hier, Geld ist da, Geld steht dir zu. Du musst aber auch die richtigen Dinge dafür tun. Und es fängt schon mit der inneren Ausrichtung an. Das Thema Mindset ist wichtig. Aber Geld als Fähigkeit zu sehen, finde ich ganz, genau. Das ist so eine Kompetenz. Genau. Geld verdient man nicht einfach, weil der Stundensatz so und so viel ist. Dir steht noch viel, viel mehr zu. Das musst du dir natürlich auch erlauben. Also die ganze innere Ausrichtung ist sehr, sehr wichtig. Und dass Geld gut ist, das war auch ein großes Learning. So dieses, wir empfinden oft, oder so sind wir ja konditioniert. Also wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, oh Gott, das ist was Schlechtes. Sondern Geld hat man, man spricht nicht darüber. Und Geld macht dich ja nicht glücklich. Geld ist nicht alles. Aber wenn du es halt nicht hast, dann ist es alles in deinem Leben. Dann bist du so im Mangel. Dann tust du Dinge nur für Geld. Und wenn du es hast, dann tust du, dann gehst du anders damit um. Du denkst anders, du fühlst dich anders. Und zu verstehen, wie wichtig auch Geld ist. Gerade für uns Frauen. Ich bin die Letzte, die hier einen auf Emanzipation macht. Und wir dürfen uns von den Männern nichts sagen lassen. Und wir brauchen ein eigenes Konto. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich frage ganz, ganz viele Ladies, mit denen ich arbeite, die zum Beispiel sagen so, boah, du, keine Ahnung, das macht alles mein Mann. Der handelt alles. Ich habe keine Ahnung, was wir konnten, wir haben, was wir mit dem Geld machen. Da denke ich mir, okay, ich gehe gar nicht von Trennung aus. Aber lass mal irgendwas passieren. Lass ihn krank werden. Lass mal irgendeinen Schicksalsschlag passieren. Was machst du dann? So dieses, man muss ja nicht immer von einer Trennung ausgehen. Weil viele denken, ich muss jetzt hier meine Finanzen in den Griff kriegen, weil vielleicht ist der Mann in fünf Jahren nicht mehr da, weil er eine andere hat. Gar nicht so in diese Richtung denken, sondern einfach zu wissen, dass alles zum Leben dazugehört. Krankheit, Tod, Unfälle, das ist Teil des Lebens. Und da einfach die Verantwortung zu übernehmen. Auch als Frau zu sagen, hey, ich, so als Prävention das auch zu sehen. Und zu sagen, hey, das ist meine Verantwortung, da überhaupt mit umgehen zu können. Und ich kann das. Ja, absolut. Das ist ja, glaube ich, auch das so krass, dass so viele Frauen, und ich schließe mich damit ein, ich hatte das so lange, dass ich immer dachte, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und das macht mir irgendwie Angst. Und das ist dann aus dieser Angst heraus outzusourcen, weil du denkst, du kannst. Und das ist so ein Bullshit. Natürlich sind wir finanziell genauso smart wie ein Mann, logischerweise. Absolut. Und dazu ganz kurz so eine witzige Geschichte. Ich war gestern Abend, ist ein bisschen ein anderer Kontext, aber trotzdem, woher das nämlich, glaube ich, kommt. Ich war gestern Abend meinen beiden zwei besten Freundinnen im Dussmann. Gestern hatte in Berlin der Dussmann bis 12 Uhr nachts auf. Und wir haben uns für ein Freundinnen-Date im Dussmann getroffen. Was ist der Dussmann? Das ist so ein riesen Buchladen hier in Berlin. Fünf Stockwerte, nur Bücher. Also einer meiner Lieblingsorte. Und wir haben uns um 22 Uhr im Dussmann getroffen und haben Weihnachtsgeschenke gesucht und so für die Kids. Und ich habe ein Buch gefunden in der Kinderbuchabteilung. Ganz tolles Buch, was ich auch für meine Patentochter dann gekauft habe. Und zwar über Heldinnen, Göttinnen und außergewöhnliche Frauen. Ja, also ein Buch, wo einfach nur Power-Geschichten drinstehen. Und da ist eine Geschichte drin über Lilith. Und Lilith war quasi eine der ersten Göttinnen, so ungefähr. Und in der ursprünglichen Geschichte, bevor Eva da war, war Lilith mit Adam zusammen. Und Lilith hat zu Adam nämlich gesagt, mit dem Apfel, als er gesagt hat, ey, hör auf, das zu machen, hat Lilith zu Adam gesagt, Adam, wir beide sind ja auf Augenhöhe. Du hast mir gar nichts zu sagen. Okay, krass. Und die Christen haben dann Lilith aus der Bibel rausgestrichen, komplett und Eva eingesetzt, die dann gesagt hat, oh ja, Adam, du hast recht, ich bin voller Sünde und du bist gut. Und dann habe ich das erst dann gelesen und dachte mir so, stell dir mal vor, Lilith wäre in der Bibel stehen geblieben. Ja. Ja. Alles wäre anders. Alles wäre anders, wie wir heute über uns denken würden. Ja. Ist das nicht krass? Absolut. Was Storytelling macht. Definitiv. Also das sind immer die Storys, die wir uns erzählen, die man uns erzählt. Lass uns Lilith wieder herholen. Absolut. Also ich bin dabei. Die Lilith. Nee, und. Ja. Ja, und da aber ganz kurz, sorry, ich finde das einfach so krass, wie wir Frauen uns einfach über dieses Jahrhunderttausende lange Patriarchat einfach erzählen lassen haben, uns halt unterzuordnen oder auf irgendeine Art und Weise Dinge nicht selber zu können. Es ist einfach Bullshit. Ja, definitiv. Und es ist natürlich schwierig, einer erwachsenen Frau das jetzt mal so schnell beizubringen und sie zu verändern. Aber was ich gemerkt habe und was mitunter unsere größte Verantwortung ist und Aufgabe ist halt die Kids. Ja. Unsere Tochter, also mit vier habe ich ihr schon ein Buch, ein Kinderbuch über Geld beigebracht. Die geht jetzt schon mit ihrem Geld richtig um. Die schreibt in, wie heißen die, diese Freundebücher, dein Traumberuf. Ich habe letztens gedacht, oh mein Gott, das kann ich ja niemandem erzählen. Die schreibt Investorin rein. Geil, Hammer. Die sagt, sie freut sich auch jedes Mal, wenn der Amazon-Bote da ist. Sie sagt immer, Mama hat bei mir eingekauft, weil sie Aktien hat von der Amazon. Wie krass. Die freut sich, die weiß, welche Aktien mit ihrem Kindergeld gekauft werden. Und die sagt, Mama, wenn ich groß bin, ich will gar nicht arbeiten. Ich gehe mit meinem Geld jetzt so richtig um, dann mache ich nur noch, was mir Spaß macht. Ich gehe doch nicht für Geld arbeiten. Wo ich mir denke, yes, alles richtig gemacht. Sie ist jetzt acht, sie hat noch ein paar Jährchen. Und ihr dieses Bewusstsein zu geben, du kannst, du wirst als erwachsene Frau viel Geld haben, nicht verdienen, erst wenn du groß bist, sondern es schon haben. Es steht dir zu. Das ist einfach das Beste, was du machen kannst. Weil wenn uns das beigebracht worden wäre, dann wäre alles anders. Und deshalb so dieses Hätte, hätte, Fahrradkette bringt nichts. Aber einfach jetzt das Bestmögliche aus der Situation machen, an sich selber zu arbeiten. Das ist im Erwachsenenalter, dauert etwas länger. Aber unseren Kids, das ist die beste Konditionierung. Den Mädels, ich meine, das mache ich bei meinem Sohn natürlich auch. Aber gerade bei der Tochter ist das noch mal mehr so eine Herzensangelegenheit, zu sagen, hey, die muss Lilith sein als Erwachsene. Das ist so krass. Ich habe witzigerweise letztens auch versucht mit Carlo, der ist jetzt ja auch fünf, ihm das Prinzip von Zinsen zu erklären. Wenn du jemandem Geld leistest, kriegst du mehr Geld zurück sozusagen. Und dann hat er, es war so spannend, weil es hat ihn so interessiert. Und es ist ja, da ist ja auch so ein Interesse von den Kindern da, wenn man es spielerisch erklärt. Wir haben dann so Münzen auf den Tisch hin und her geschoben und so. Und es war so cool, es hat so viel Spaß gemacht. Also ja, du hast absolut recht, man muss halt einfach bei sich und dann bei den eigenen Kindern anfangen. Und auch dieses Step-by-Step einfach, keine Angst davor haben, sich so nach und nach mit dem Thema beschäftigen. Und wie du gesagt hast, auch bei deinem Mann damals, es gibt so schnell Veränderungen. Das finde ich das Krasse bei Geld. Wenn du anfängst, dich mit Geld zu beschäftigen, du kannst innerhalb von drei Monaten, wirst du eine Veränderung sehen. Absolut. Du kannst dir nicht vorstellen. Doch, du kannst dir bestimmt vorstellen. Aber es ist so krass. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich bin ja eingestiegen jetzt in meine Arbeit als Life-Coach. Thema Emotion, Thema mentale Stärke, Mindset, so nicht greifbare Dinge, wo du nicht sofort eine Veränderung siehst. Und wenn du aber dann kommst mit, jetzt habe ich das Thema Business und Geld mit eingebaut. Ich habe für mich so drei Jahre den Proof gebraucht. Okay, den Proof gebraucht. So, okay, kann ich mich da hinstellen und so. Und das wollen die Leute, weil da sehen sie, da haben sie messbare Ergebnisse. Da sehen sie es viel, viel schneller als jetzt an ihrem Mindset oder an ihrem Wohlbefinden und, und, und. Wobei das halt natürlich das Fundament ist im Endeffekt, damit du alles im Außen verändern kannst. Da ist das Verständnis bei den meisten noch nicht da, aber egal, Hauptsache, irgendwas sehen die Leute. Und wenn das, bei mir war das ja der Trigger. An mich rangekommen ist er emotional nicht. Aber das Geld war einfach der Hebel, ah, okay, irgendwas tut sich ja da, dann schaue ich mir das mal an. Und wenn das der Hebel für viele ist, dann... Dann why not. Absolut. Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt nochmal einen Brief schreiben an die Rola in zehn Jahren. Wo ist die Rola in zehn Jahren? Habe ich schon. Was wünscht sie sich? Also Briefe schreiben habe ich schon irgendwie implementiert. Ich habe tatsächlich einen Brief geschrieben. Und eins meiner Ziele ist, ausgeglichener zu sein. Nicht mehr nur in der männlichen Energie zu sein. Ich bin, ich sage manchmal, ich bin männlicher als viele Männer. So im Machen, Kontrolle, Umsetzen, Power nach außen so. Ich bin da. Ja, aber auch mal annehmen, auch mal fließen lassen. Nicht immer. Ich bin halt sehr leistungsorientiert. Ich bin sehr zielgerichtet in allem. Ich brauche immer Ziele. Und daran, das ist jetzt so gerade die Sache, an der ich arbeite, für mich. Weil es ist ja eine never ending story. Und so die meisten Ziele, die ich mir da aufgeschrieben habe, ist einfach so die entspannte Rola, die jetzt nicht guckt, okay, wo ist das nächste Ziel zum Abarbeiten, sondern einfach mal da ist. Aber da gehören natürlich für mich auch gewisse Ziele im Vorfeld, die ich erreichen muss, um diese Freiheit auch zu haben. Ich habe zum Beispiel gesagt, finanzielle Freiheit ist eins meiner großen Ziele. Gar nicht wegen dem Geld, sondern weil ich es mir zum Ziel gemacht habe, dass meine Kinder nicht arbeiten müssen. Dass ich einfach sagen kann, hey, wir leben keine Ahnung wo auf der Welt. Alle zusammen. Die können sich, die sollen da ihre Zeit investieren. In Dinge, wo sie Spaß dran haben, was sie auch gut können und nicht sich irgendwie jetzt einen Job suchen müssen, um irgendwie die Miete jetzt erstmal zu bezahlen. Natürlich werden die gewisse Dinge lernen müssen und Verantwortung, darum geht es mir nicht. Aber ich weiß, dass ich jetzt die nächsten paar Jahre gewisse To-dos abarbeiten muss, um auch diese Ruhe haben zu können. Ich brauche das so. Ich weiß, man soll nicht wenn-dann, diese Wenn-dann-Mentalität, aber man muss natürlich auch, wir sind so unterschiedliche Persönlichkeiten und wir müssen auch gucken, was brauchen wir denn als Mensch. Und ich fühle mich wohl, ich liebe es zu arbeiten, ich liebe es, Ziele zu haben und und und. Ich merke aber, es gibt viele Anteile, an denen ich noch arbeiten muss, einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Würdest du sagen, und das schließt vielleicht den Kreis voll schön zum Anfang von unserem Gespräch, würdest du sagen, dass das das bewusste Wieder-Reinholen von der kleinen Rola ist? Die, so die drei, vier, fünf Jahre alte Rola, die eigentlich ein ganz ruhiger, sensibler, feinfühliger Mensch war, die dann aber gelernt hat, irgendwie hart sein zu müssen, um, also würdest du sagen, es geht ganz viel darum, die wieder mehr... Ja, ihr mehr Platz zu geben, weil im Endeffekt, seitdem sie neun ist, hat man ihr so den Mund verboten oder ihr Sein verboten, so, weil da einfach kein Platz mehr da war, weil sie mir, weil sie der anderen Rola im Weg gestanden wäre. Und jetzt ist halt so, diese Balance zu finden, dass beide da sein dürfen, beide da sein können auch und miteinander auch klarkommen. Und das ist es. Ich kann auf Knopfdruck, kann ich performen, kann ich funktionieren und, und, und. Ich kann aber auch nicht auf Knopfdruck abschalten. Das fällt mir extrem schwer. Da brauche ich viel zu viel Zeit. Das ist dann so eher ein Kampf. Das andere kriege ich hin in Leichtigkeit. Und dieses Runterkommen, einfach sein, einfach Ruhe zu haben, auch die innere Ruhe vor allem, das ist mein Training gerade. Und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen, so, egal, ob du Coach bist oder nicht. Du hast immer Arbeit. Du hast immer Arbeit an dir. Auf jeden Fall. Und das auch mal auszusprechen, zu sagen, hey, meine Baustelle ist gerade das und das. So, um den Menschen da draußen zu zeigen, hey, es ist für alle möglich. Und wir alle haben Sachen und Bereiche. Genau, wo es einfach Dinge zu tun gibt, die man einfach dann macht, mit denen man sich beschäftigt. Und gerade ja auch so die Schattenarbeit, gerade so die Anteile, die wir irgendwie ganz tief in den Keller gepackt haben. Die Schritt für Schritt, vor denen wir so Angst haben, weil in dir wird wahrscheinlich irgendein Anteil sein, der so Angst davor hat, dass diese verletzliche Rola da ist, weil du einfach so viel Schmerz erfahren hast, als sie da war. Und da in dieses Gefühl zu gehen, ich bin voll sicher, wenn die da ist und dann automatisch entspannt das Nervensystem. Definitiv, auch als das Attentat damals war. Ich habe es ja gar nicht erlaubt, dass die schwache Rola wieder zum Vordergrund, obwohl kein Mensch hätte es mir damals irgendwie verübelt oder einfach zu sagen, so, okay, jetzt ist einfach ein schwacher Moment, was komplett normal ist in so einer Situation. Aber ich habe es mir ja nicht erlaubt. So dieses, nein, es ist nicht schwach, es ist nicht. Ja, aber ich sage halt immer, hätte, hätte, das bringt uns alles nichts. Es war alles richtig. Es war alles genau so, wie es sein musste. Und es wird auch alles genau so, wie es sein muss. Und von daher das einfach genießen, mitnehmen, so da einen Flow reinbringen, zu sagen, es ist alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Wenn du dir vorstellst, du lebst noch ein mega langes, super erfülltes Leben. Du erlebst dich selber noch in dieser Balance zwischen Yin und Yang. Du hast die Momente, wo du voll entspannst und bei dir bist und loslassen kannst. Und irgendwann in vielen, 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 vielen Jahren kommt der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Rola, hi. Und würde zu dir sagen, hey, dein Buch ist leider weg. Alles, was du gemacht hast, ist gelöscht. Alle Videos von dir, es gibt gar nichts mehr. Aber ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass wir danach leben. Oder dass es Dinge sind, die du in deinem Leben gelernt hast. Wenn nur das bleiben würde, was würdest du aufschreiben? Okay, krasse Frage, geile Frage. Das Erste, was ich aufschreiben würde, wäre, wenn du nicht mehr kannst, mach einfach weiter. So dieses, was ich einfach gelebt habe. Und das Zweite ist, die mit Erinnerungen, nicht mit Erinnerungen. Das ist auch so ein Ding, da habe ich jahrelang damit gekämpft. Aber irgendwann habe ich einfach gesagt, genau das ist es, das ist die Rola, das bin ich. Und das Dritte, du schuldest deinen Träumen Leben. Träume sind nicht nur hier oben da, sondern es ist unsere Aufgabe, ihnen einfach eine Realität im Außen auch zu geben. Wow. Das würde ich aufschreiben, glaube ich. Danke. Rola, oh Gott, danke wirklich für dieses Gespräch. Danke für dein Sein. Danke für alles einfach, wirklich für deinen Spirit, für die Frau, die du bist, für all die Kämpfe, die du nicht nur im Ring gekämpft hast, sondern die du mit dir gekämpft hast. Und dass du für dich einfach, dich dafür entschieden hast, an einem bestimmten Punkt in deinem Leben dein Herz wieder aufzumachen. Weil ich glaube, das ist die wertvollste Entscheidung, die wir irgendwann treffen können. Und dass du da deinen ganzen Dämonen begegnet bist. Und ich freue mich einfach so sehr, dich heute hier zu sehen und dich so sehr einfach bei dir zu sehen. Und freue mich so sehr auf die Rola in zehn Jahren. Und dass du einfach wirklich so ein Vorbild einfach für uns Frauen auch bist. Also danke, danke, danke für dein Sein und danke für dieses wahnsinnig, unfassbar inspirierende Gespräch. Danke dir. Danke dir. Dankeschön. Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, dass das Interview dir ganz viel geschenkt hat und dir gezeigt hat, dass auch wenn uns das Leben manchmal wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, dass vor allen Dingen auch mit der inneren Arbeit, mit der Hilfe von außen, von Menschen, die uns unterstützen, wir wieder auf unsere Beine kommen können, auf unsere Füße zurückfinden können. Und wie wichtig Sport ist, wie wahnsinnig das helfen kann, wirklich mit unserem Körper auch zu arbeiten. Und ja, ich saß nach dem Interview noch mit Rola oben bei uns im Wohnzimmer und wir haben noch ganz lange gesprochen. Und sie ist einfach wirklich eine so wahnsinnig inspirierende Frau. Ja, einfach unglaublich. Und ich freue mich riesig, wenn du mir bei Instagram folgst, at lauramarlinaseiler und mir zu der Folge von heute deine Gedanken da lässt. Was war das, was dich gerade am meisten inspiriert? Was war so dein Golden, Happy, Holy & Confident Nugget, den du für dich mitnimmst aus dieser Folge? Und du kannst dich immer noch für den WhatsApp-Weihnachtskalender kostenlos anmelden und du bekommst jeden Morgen von mir wie so eine Mini-Podcast-Folge per WhatsApp auf dein Handy, um ganz entspannt durch diese Zeit zu gehen. Also, du wundervoller Mensch, fühl dich von Herzen umarmt. Ich hoffe, es geht dir gut. Genieß dich, genieß dieses Leben und mach dein Herz so weit auf, wie du nur kannst. Rock on und Namaste, deine Laura. Rock on und Namaste, deine Laura.